Jo Leute ich habe ja ausgekriegt was da falsch lag bei den Spielen. Man muss nämlich den Namen nehmen, damit das funktioniert. Der gleiche Name muss es sein. Wie bei denen hat der bei den ganzen Tutorials und die sind immer Sprite und so. Das ist einfach nur der Name. Ja darum funktioniert das. Ich zeig's euch gleich mal. So, Punch, ne? Tada! Ja, das ist doch eine sehr große Neuerung. Das Problem ist natürlich, der hört gar nicht auf. Das muss ich nur als Dicke reden, aber das ist das erste Mal, dass ich es geschafft habe. Wahnsinn! Wahnsinn! Okay, das war's schon. Mehr gibt es auch nicht mehr zu bereden, aber das ist schon ein großer Fortschritt für mich. Ja, das ist echt geil! Und dann wollen wir es auch bis zum ersten Mal loschen reden! Okay, son Kleinen... leben die Platte, unmöglich Himmler,父亲 existing Dicke, mit dem wir haben.